Das hier war, anders als man denken könnte, nicht das staunende Publikum im Ohnsorgtheater gestern. Denn die 400 Zuschauerinnen und Zuschauer haben den Abend selbst zum einzigartigen Erlebnis gemacht. So laut ist es selten im Ohnsorgtheater. Verantwortlich dafür rund 400 sog. Rudelsängerinnen und Sänger. Das Mitsing-Format tourt schon seit mehr als 10 Jahren durch Deutschland. Die Tickets immer wieder ratzfatz ausverkauft. Es macht unfassbar viel Spaß auf der Bühne. Und wenn da so ein Wall of Sound einem entgegenkommt, 400 Leute, wir müssen vielleicht manchmal den Monitor ein bisschen lauter drehen, damit wir uns besser hören, weil die 400 Leute sind echt laut. Aber es macht unfassbar viel Spaß und das ist auch, worum es eigentlich geht. Rudelsingen, sozusagen Karaoke im Schutze der Masse. Von den Rolling Stones bis Abba. Gesungen wird im Stehen und ohne Hemmungen. Schräg, aber laut und es macht Spaß. Und die anderen können auch nicht singen, sage ich mir immer. Ob ich so toll singe, weiß ich nicht, das hört man ja nicht. Insofern kann man sich ja völlig ungeniert gehen lassen. Wunderbar. Das erste Mal, dass wir hier dabei sind und es ist große Klasse. Also so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ganz, ganz, macht viel, viel Spaß. Also ich finde, das kennt man ja auch schon aus dem Fußballstadion, wo teilweise, auch wenn es 40.000 Leute sind, es klingt ja immer richtig, wenn die Engländer God Save The Queen oder sowas singen. Und es gibt da irgendeine Gesetzmäßigkeit, dass je mehr Leute zusammen eine Melodie singen, desto richtiger klingt sie tatsächlich. Für viele sind die Abende mittlerweile Kult. Die Stimmung spricht für sich. Total begeistert. Gefällt mir sehr gut. Mach ich bestimmt nochmal wieder mit. Für Termine in Harburg und Billstedt gibt es noch Tickets. Die nächste Veranstaltung im Ohnsorgtheater ist bereits jetzt ausverkauft.